Ja, heute eine lebendige und autofreie Innenstadt. Wir wollen Hamburgs Innenstadt weiterentwickeln und das ist einfach ein ganz tolles Gefühl, dass man sozusagen sich ein Projekt ausdenkt, wie das durch den Wahlkampf tragen, es im Wahlkampf getragen wird und wie es jetzt auch umsetzen und durchsetzen. Wir haben drei Leitprojekte identifiziert, dass wir gesagt haben, Jungfernstieg inklusive Bergstraße, die wollen wir im Prinzip autofrei machen, nur für Busse und für Fahrradfahrer und dann den angrenzenden Raum entwickeln. Wir haben dann gesagt, bei der Mönckebergstraße, auch bei der Mönckebergstraße gibt es jetzt eine große Baustelle, wollen wir was entwickeln, wollen wir die Busse sukzessive auf die Steinstraße legen bis hin zu einem Versuch, das auch mal für ein paar Wochen ganz rauszunehmen, den Busverkehr und zu gucken, wie entwickelt sich dieser Raum da, um dann sozusagen Steinstraße und Mönckebergstraße miteinander zu verknüpfen und gleichzeitig das Thema Burchardplatz, wo wir gesagt haben, wir wollen Hamburgs Welterbe entwickeln, das Kulturhausviertel. Der Burchardplatz soll weitestgehend autofrei werden und damit auch das Kulturhausviertel insgesamt sich neu entwickeln. Das sind tolle Projekte neben vielen anderen Themen, die man da besprechen kann, aber das zeigt, Hamburgs Innenstadt wird sich komplett verändern.